Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Niemand. Vielleicht eine Ratte. Also das ist also unser Freund. Äh, das ist doch dieselbe Knarre. Nur halt ohne Visier. Scheiße, hier haben wir fallen. Hier haben wir jede Menge fallen. Oh mein Gott. Ey, Kumpel, warum kannst du hier nicht das Tor aufmachen? Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh je, wenn ich da jetzt durchgehe, ne? Und nicht auf die Fallen auf, äh, und auf die Fallen trete, dann bin ich tot. Wegen hier, weil hier oben sehen wir solche Gitter. Jump! Ach so. Leise, vorsichtig. Dann haben wir noch eine Falle. Aht! Nein, 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 nein. Ey, wie hat der mich jetzt gefunden? Unglaublich. Zu rechten! Hier! Du bist dran! Du bist dran! Du bist dran! Bewegung! Wir haben hier einen echten Idioten! Wir haben Verletzte! Jetzt halt die Schnauze und komm hier hin. Hier! Nehmen wir etwas, du guter Sohn! Da wartet der, ey, unglaublich! Ich bringe... What the fuck? Mist! Da ist eine Granate! So, hier muss ich ja jetzt einen kleinen Cut machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und weiter geht's. So, da hatten wir die Falle gehabt. Und da vorne hatten wir auch noch einen Gegner gehabt. Ähm... Genau da, genau da, genau da. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer um die Ecke. What the fuck? Wir haben hier einen echten Idioten! Und noch eine. Mist! Da ist eine Granate! Da ist... Ha! Ich hab den erwischt! Der denkt jetzt, dass ich, äh, da hinten bin. Ha! So, der ist down. Ah, genau, das ist die Pumpe für die Batterie. Für unsere, ähm... Äh, wie heißt das nochmal? Unsere Taschenlampe. Für unsere Taschenlampe. Denn auch unsere Taschenlampe hat, ähm, wie es scheint, einen... ...einen Batterie. Und die können wir nur aufladen, wenn wir aufpumpen. Damit meine ich jetzt nicht unsere Muskeln, sondern, ähm, tatsächlich unsere... Leuchtdinger da, wer ist denn die normalen? Leuchtpistolen, genau. So, jetzt weiß ich nicht, ähm... Wo hier mein Messer steckt. Wo hier mein Messer ist. So, alles klar. Im Bärschen. Munition. Komm, gib her. Gib her die Munition. Da. Da war noch ein Messer. Ich will noch weitere Munition. Nein! What the f... What the f... Alter Schwede. Meine Kopfhörer sind ja auch so laut, ne? Deshalb muss ich immer schön aufpassen. Dass meine Ohren, äh, nicht, äh, traub werden danach. Ha. Das wär'n scheiß Ende. Für mich. Kleiner Wichser. So. 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 Wir switchen mal um auf... Unsere Stummgewehr. Mit'n... Laserpointer. Ich muss hier jetzt hier leise sein. Oh, oh. Ich habe das gar kein Alarm. Schön vorsichtig. Da kann's ein Gegner sein. Da kann's ein Gegner sein und uns, äh, töten. Also ist jeder weit und breit kein Gegner. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Scheiße. Den habe ich... Scheiße. Der hat davon nix abbekommen. Schön leise. Also... Also ich gehe lieber von hier, weil... Hier sind kein Gegner. Jedenfalls... Nicht so viele. Man, diese Faschisten, ne? Die können sich umbringen, ey. Alle beide. Äh... Was heißt, alle beide, sondern alle halt, ne? Irgendjemand kommt. Da ist jemand. Da ist jemand. Scheiße, die haben mich. Die haben mich. Die haben mich. Die haben mich. Okay, Granate. Seid jetzt leise. Da. Und? Ah, falsche Waffe. Verdammt, da wollte ich doch die Granate... ...verwenden. Fuck, ey. Das ging total in die Hose, aber... Naja, wenigstens konnte ich die ja noch killen, ne? Au! Oh Gott, meine Ohren, ey. Okay, einen kurzen Prozess. Könnt ihr haben. So. Ha! Boah. Boah. Für die Sturmgewehr habe ich bereits 274 Schuss, ey. Das ist doch genial. Boah, da haben wir... Da haben wir echt was gespart, ey. Nimm das! Leise. Mann, Alter. Die laufen immer weg. Boah, das ist Blut, ey. Ihr verliebt zu viele Männer. Ah, geil. Das ist schön. Da lag eine Knarre in einer schönen Kiste, die man nicht verfehlen kann. Wir haben Besuche! Wir haben noch einen Gegner. Wo denn? Wo haben wir einen Gegner? Das ist hier die Frage. Wir haben hier einen echten Idioten! Hier haben wir noch einige Soldaten, die am Leben sind. Ich wusste es. Ich wusste es, du... Arsch, 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 Arsch! Oh, geil! Oh, direkt alles einsammeln!